So, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Mark Katze kommentiert den Arbeitstag. Wie sieht es aus, Nick? Guten Tag. Guten Tag. Wie sieht es aus? Äh, scheiße. Wie? Scheiße, warum? Wir kommen nicht voran, liebe Leute. Also morgen ist Sonntag, jetzt wo wir es hier gerade offen haben. Normalerweise sollten morgen die Community Games kommen. Aber wie es aussieht, werde ich das bis morgen nicht mehr schaffen, weil, also, äh, es gibt technische Probleme oder einen Spaß. Im Endeffekt gehe ich gleich saufen und, ja, und habe jetzt keine Zeit mehr, weil ich mich hart besaufen will. Und ich hoffe, das könnt ihr verstehen, dass das dann morgen nicht fertig wird. Aber ich sage mal, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Ja, Nick, komm, leck mich am Arsch, dafür springen wir nämlich jetzt mal was. Ja, okay, komm, wir machen irgendwas kaputt. Hier, hier, oh, was ist denn da los? Ach so, übrigens gucken wir gerade hier den Tamiro nebenbei noch zu. Ja, hier, ich zoome mal ran. Hallo. Guck mal, da ist der Süße, da ist der, da ist er hier. Aber, aber er ist noch nicht am Spielen, ja? Er ist noch ein bisschen am Quasseln. Da werden wir nachher auf jeden Fall mal reinschnuppern, aber erst mal machen wir jetzt irgendwas kaputt. Richtig. So, und? Wie scheiße aus, der ist ausgemistet worden. Oh, wir können ein Bobbycar-Rennen machen, wir beide. Wir können, wir lassen das Batman-Mobil. Oder wir graben ein Loch hier. Ich glaube, irgendwas sprengen, Alter. Irgendwas kaputt machen. Wir können ja doch nochmal oben gucken. Ja, liebe Freunde, wie schon angekündigt, die Schneidarbeiten von den Community Games werden sich noch ein wenig hinziehen. Das heißt, ihr müsst noch ein bis zwei Tage hinhalten, liebe Freunde. Dienstag, Dienstag wahrscheinlich. Dienstag, unser, unser Schneidmeister Nick sagt, bis Dienstag, dann heißt das auch bis Dienstag. Aber, wir wollen euch natürlich nicht ohne lassen. Nick, sagen wir mal, was du alles da hast. Wir machen heute einen wunderschönen Cocktail, und zwar den Sprengmich-Cocktail. Dazu brauchen wir natürlich erstmal ein Gefäß. Aha. Sprengstoff, der Party entsprechend ein paar Lichter, die natürlich auch angemacht werden. Ein bisschen Dekoration. Ja, fein, fein. Ja, eben, das muss ja aussehen wie bei uns auf dem Tisch. Ein bisschen Qualm. Strohhalm, ganz wichtig. Disco, Disco, Party, Party, Disco, Party, Party, Disco, Party, 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 Party. Ich traue mich immer gar nicht so anzuzenten, weil ich so voll schissvoll Sprengstoff habe, Leute. Holy shit. Wow. Was ist eine Party, Junge? Ja, das war's auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Community Games kommen. Wahrscheinlich Dienstag, sorry, dass es heute nicht geklappt hat. Ich hoffe, es hat euch ja ein bisschen gefallen, das PuffPeng. Ihr müsst das Video auch nicht liken, auch nicht abonnieren. Aber wer das macht, sage ich auch nichts dagegen. Ja, ja, so. Ja, Mordsparty, ne? So, bis Dienstag. Tschö. Ja, Nick, was machen wir denn jetzt noch? Ich gehe saufen jetzt, habe ich ja gesagt. Du gehst jetzt? Was machst du da? Bodenfeuerwörbel. Ich habe ein bisschen Schiff. So, los... So, schку pitch. So, the next... So, es ist packern, und zwar nicht alle, ist das verse pra他們 relativ hochig. So, ich gehe schon einmal natürlichen Rechnung. So, nosotros